Und, was ernst ist? Seine kleine Kellnerseele spukt mal wieder, wie gehabt. Er braucht eine neue Affäre und neue Spielzeuge. Danke. Um Gottes willen. So wie Yvonne und den Wagen. Oder wie hieß die Kleine vom letzten Jahr? Isabel. Da hat er sich die Yacht gekauft. Weil es sein Spielzeug diesmal ein Hotel ist und 80 Millionen kostet. Er wird es wieder verkaufen. Aber nicht für 80 Millionen. Joe kriegt alles, was er will. Kann ich mir mal vorstellen. Senator Prost hat eine sehr wichtige Information aus der Bauratssitzung für ihn. Wo ist denn Joe jetzt schon wieder? Nein.